will ich ja auch kein villager also villager ein dorf in der nähe haben also wirklich so richtig gebaut ist oder so keine ahnung ja du brauchst auch bestimmt echt massenweise schienen für damit du wenigstens umsiedeln kannst oder man nimmt die verwandelten und verwandelt sie ja wenn du ein paar zombies sind klar wenn du ein paar zombies dafür hast du kein problem und du weißt wie viele da immer auftauchen bei den missviechern kann ja wohl wirklich sein wenn du komm da immer oh ich weiß wo der creep explodiert ist denn er ist gesehen bei den kühen es geht da und ist er eigentlich hättest du ja einfach müssen ich sprinte da lang womit aber es kommt der kippe mir entgegen ich hab ihn zu spät gesehen keine schaufel mehr dann macht das mit jump 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 meine kühe jump meine kühe jump jump meine kühe die waren grad fröhlicher hüpfen los jump okay aber ich muss mir auch mal wieder ein drahtloses headset holen also kabel los ist aber bei meinem headset geht das kabel oben schon kaputt die umwandlung geht schon marsch vor allem das kommt davon weil sich das immer so verdreht die ganze zeit ja warum machst du das denn eigentlich liegt an dir weil du auch ein verdrehter typ bist ah ich mach sie rolle mach ich das noch nicht mal ich nutze das immer normal aber irgendwie geht es trotzdem also beim kabel erstmal also ich bin schon froh dass es noch nicht kaputt gegangen ist das kabel geht manchmal unter meine rollen dann rolle ich so ausversehen drauf und will dann auch steht gabel unter dem stuhl ich kenne das sterbente nicht der bände nicht doch hühnerfleisch und eine ente kitts du kittst eine ente und gibst hühnerfleisch kannst du ja keine töten ja cool eine pyramide gefunden nice was ist denn da hinten ja guck ich hab da so einen komischen anleger hingefunden oder so er ist da so ein building gefunden das sind teil im wasser glück nicht bei mir in der nähe aber ja sechs stück oder so nicht immer in der autot ne ich war nicht immer in der jüde so ein schiff ach nee da hast du ne chest ach nee flipper o jo 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 ach ich seh gerade ich hab gar keine rüstung mehr an Warum machst du die denn kaputt? Warum ist die denn kaputt? Ich bin auch gar nicht gestorben Das weiß ich nicht Merkwürdig Na ja egal Ich bin auch gar nicht gestorben Vielleicht doch Oder wahrscheinlich Wenn ich in die Base gekämpft habe Dass die Rösten kaputt gegangen ist Genau Weil sie Burning Man gemacht hat Ja Genau Ich fress gerade das Fleisch gerade hoch Weil ich keinen Bock auf das zu braten Fauter Munch Dauert schon wieder zu lange dann Autsch Ein bisschen fauler Munch Wenn ich jetzt gerade auf dem Dach bin Habe ich denn noch Habe ich noch Ja Warum hat das Dach Natürlich setze ich die wieder hin Schauen Dann wollen wir mal schauen Was da wenn gibt's Also wir haben beide gleichzeitig Wollen mal schauen gesagt Na? Ja ich hab Achso Hier war schon jemand drin Kann sein dass ich das war Oder du Wollen wir mal schauen Kann sogar sein dass ich da drin war schon Das weiß ich nicht Vielleicht stimmt das mit einem Villager doch da hinten auch Ja Was was war das denn Achso Ich hab die Flippers angezogen Deswegen bin ich so schnell im Wasser Ich hab mich gerade schon gewundert Wie hä? Die haben die geschoben Wie hä? Die haben die geschoben Flippers Flippers Ja Und die kannst du nur finden Sonst wären die eben nicht so versteckt gewesen Flippers Ja Musst du besuchen Kannst du mir deine geben? Am Arsch Wie am Arsch? Ich glaub's doch nicht wirklich Dass es hier meine gibt Warum nicht? Warum? Ich bin ein Echt netter Mensch Du bist ein echt Nössagelocher Hallo? Kannst du nichts da sagen? Hab ich doch nicht Okay Hab ich doch gar nichts gesagt Nö Nein Nö Nein Nö Nein Hat er nicht Hat er nicht Hab ich nicht Nein hab ich nicht Hab ich nicht Hab ich nicht Komm Das wird schon wieder dunkel Dim 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 Ah ist ein Bett bei dir ne? Kommst du denn da drauf? Frag ja nicht Ah Geh doch Ich kann auch nicht sleep at night Liegt doch schon Komm Ich kann auch nicht sleep at night Hey Rochen Hast du es gerochen? Den Rochen? Mh Sicher doch Ich glaub die Rochen tun einem nichts Nur die Haie Halt Haie 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 Sind verpasst Die Haie machen immer Haie Okay da drüben ist das Hier sind Kühe Moos Moomoo 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 Alle Kühe schlafen unterwegs Oh Gott Wieder so viele Die Menschen Man braucht ja ganz viel Leder Wo wir die anderen Dinger ja nicht so viel finden Um das zu züchten Das wir daraus dieses künstliche machen können Welches meinst du? Ach dieses Large Fahnen oder was? Ja ja So Dass wir das züchten können nämlich Aber obwohl wir haben ja auch so Kür Zu Not schlachten Hm? Ganz genau Immer noch zu Not schlachten Und ja auch vorher vermehren weiter ne? Hmhm Ja sind da schon ein paar wieder drin Wachsen ja schon wieder fleißig Braver Junge Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich bin schon immer ein braver Junge gewesen Nein Doch 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 Nein 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 Doch 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 Nein 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 Ach doch doch Nein nein Aber müssen wir eigentlich immer singen Angel Kazooie Musik Da muss man mitsingen Yo ich durfte letztes Mal nicht mitsingen Ja Weil du es auch nicht das Ach so Weil du kackabist Das ist aber nicht nett Ich weiß Ich glaube ich machen wir nochmal einen zweiten Stack Treppen Okay Ich habe ja noch genug Karpentastblöcke Okay Okay In der Mitte Wasser Und ringsrum von Bergen umgeben Das ist natürlich neust Das ist ein feuchtes Loch Und ein Wasserpack mit dem Wasser drin Auch gut Sinnvoll wäre ja ein Ja Ja ist gut Sinnvoll wäre ja ein Ein See Mit einer Insel Wo noch ein kleiner See drin ist Ja Das hätte auch Das hätte echt Sinnvollen Wert Ja ja Einfach mein Kopf Weißt du doch wie immer Ja wie bei dir alles sinnvoll ist ne Du bist so behindert Sackgesicht Sagt man nicht das Wort Hä? Das sagt man nicht immer Hä was hast du gesagt Das wird so hä? Das Wort 20 Minuten noch Jetzt sag ich Was? Hä? Ja okay Ein bisschen mehr 25 Jetzt frag dich Was ist denn dann? Was denn dann? Halt doch Schaden aber kein Dach Aber kein Dach So dann Das treupt was ungefähr Kriegt das noch ein Dach Oder wie Oder was Ähm ja Ja sag mir jetzt nicht so ein riesen fettes Spitzdach Nein 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 Ich habe irgendwie noch auf die Idee Darüber noch eine kleine Ebene zu haben Wo wir Kisten stehen haben Wo von uns das hochpumpen lassen können Und das dann von da rüber gepumpt wird Was wenn man nicht ins Treibhaus schon solche Kisten stellen können Ja kannst du auch so irgendwo hinstellen Kannst du ja immer wo Hier jetzt sag mal wo die Kürbisse sind und sowas ne Dass du das einfach da bei dem Gravel reinsetzt oder so Ambulschschutz 16 Stück für einen Emerald Müsendorf übrigens Brokkoli Das haben wir noch nicht Brokkoli haben wir Nein Doch Ja Ja Und zwar nehmen wir Ich glaube ich nehmen wir den Blaubeeren Und so Welt sieht's Weiß ich nicht Aber Brokkoli habe ich nicht vorher gesehen Weil ich da ja lang gesprungen bin Hm? Brokkoli habe ich nur gesehen Weil ich da lang gesprungen bin Aber ich lang gesprungen bin Okay Um die Bären abzuhren Ich dachte ich finde das eine Dorf Wo der Typ die Bären haben will Achso Sind 16 so höher Und für Ein Emerald Ja aber du hast jetzt einen Ja ja Aber was bringt einer Gar nix Den Markt erstmal zu bauen Hm? Den Markt zu bauen Wie den Markt zu bauen Den von Parmen Servicekraft 16 Paar Snips Für ein Oh Ein Emerald Ein paar Snips Und wie wird er geschrieben? Markt Einfach nur Markt Wo ist er ein Emerald für? Markt Ja Markt Mein K geht mir da mal wieder Mal geht mein K Mal geht mein K nicht Das ist echt komisch Kaka Das ist auch Ja Da war ich drin Da war ich drin Noch einer drin Hopp Weil da brauchst du Hallo Willigler Da musst du aufschreiben Welche Heats Den noch fehlen Und so viele Emerald Musst du mit Oder 16 Artischocken Für einen Emerald Achso Das Ding war das Wo wir dann reingucken Wann das stimmt Ja Oh Hups Sweet Pot 16 Sweet Potatoes Ein Emerald Oh das ist ja sinnvoller Hallo Kommst du schnell an die Sie Ein Emerald Für Ein Cashew Sapling Cashew Cashew Okay Hi Villager Spinarisch Vielleicht zum Beispiel Naht für einen Emerald Spinat haben wir auch schon Spinat haben wir auch schon Spinat haben wir Das weiß ich Aber das sind die Sachen Die du brauchst Um einen Emerald Zu kriegen Was meinte ich damit Befreit die hier gerade So ein bisschen Weil die Dinger stehen So über Wasser Du Kommst du auch Voll scheiße rein Dann Ihhh Scheiße 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 Also ich sag mal so Das Villager Dorf Ist viel näher dran Na gut Weiß ich halt gar nicht Ich sehe es sehr schlecht Ich hab ja gesagt Ich sag mal so Das ist näher dran Jetzt ist die Frage Das Dach müsste ich Eigentlich hier weiterziehen Ähm Dann da vorne zu Villager So 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 Noch ein Villager Dorf Schönes Wasser Waufel Um Villager 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 Okay Ich hab wieder keine Uh dass wir in Karpeter Blöcke Durchgehen Ich hab noch keinen Bock Zu schlachten Grad Achtung Ja Soll ich alle mitnehmen Und schlachten Und dann hab ich doch keinen Bock Es wird schon wieder dunkel Ja dann bist du zu Hause Ich komm hier vorhin nicht runter Oh Gott Du bist echt ne Pfeife 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 Pfeifchen Uiui Dankeschön Ich war einfach nur zu voll ins Bett zu gehen War klar Ja wenn du es mit hast Ach Schnauze Ich müsste vom ganzen Dach runterspringen Ja und Das ist so ein weiter Weg Wieder aufs Dach zu kommen Ja und Pech gehabt Na das ist nicht Pech gehabt Das ist Faulheit Pech gehabt Na ich bin nur zu faul Oh dieser geht's zu Zu dass du zu Far Gröss Ah zisch Hast du schon mal Vorurteil Kleiner halt Terre Fauler Sack Hm Äch Mh Zumindest den Umriss Den oberen Umriss Wird er Fertig haben noch Hm ich habe angefangen mit dem ich bin unterwegs und kurzzeitig ist du dann auch weg nachdem ich ja losgegangen bist du auch verdammte scheiße ja weil du das erzählt dass wir die blaze holz und ich wollte unbedingt wie sie es haben für diesen wachs für den an kaks wachs ja ein kaks wachs kacke die wachse wachs das ding hatte ich doch schon gefunden gehabt ne ja genau da war ich schon da warst du vielleicht auch nicht doch das ist ein erdpenis da ist ein erdpenis wie es aussieht das ist ein erdpenis ja das mag wohl sein okay pass das wisch 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 mir sind gerade federn zugeflogen bist du vielleicht ein hühnchen das ist ein hühnchen gibt dein fleisch gibt es dem lieben zentos denn der hat hunger das die ganze zeit hochfress habe ich auch habe ich bin zuvor hinaus ja das ist aber nicht mein problem und ich bin zurück und bis jetzt bin ich noch nicht vergiftet worden aber ich habe schon so viel roh gefressen eben war ich gerade ein bisschen vergiftet aber war ich durch so einen komischen gift schirmt durch der a-foil hihihi 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 block dreh dich auch mal ordentlich ich doch einfach nur ganz entspannt hinsetzen dankeschön da doch nicht das dach fertig an willst du nicht etwas schon sicher nein wenn ich nein sagt dann sage ich nein da ist die kleine dumpfbacke dumpfbäckschirn du bist echt so behindert weißt du weißt du was du in die hosen scheißt ne es wäre jetzt ein bisschen ekelhaft bei der hose so eine graue hose das fällt zu leicht auf hast du da so ein paar aus fleckschirn hast du doch wahrscheinlich schon klar aber irgendwo muss das ja hin mal keine lust auf klo zu gehen ach nee du bist ja schon alt sagst du ja ich hab windelchen heute hast du sie nur vergessen nee ich habe heute noch nicht gelehrt das ist so ein schönes warmes polster juckt ein bisschen und kratzt ein bisschen aber mein gott glaube ich dir sogar aufs wort es ist schon okay kann ich mit leben kannst du das ja ich lasse dann auch immer laufen denkst du ach so mein gott bisschen warm duschen kann ich immer noch gott ey was denn dass du behindert bist ich bin euch behindert doch nein doch nein doch nee jetzt muss ich gleich mal von außen gucken wie hoch das denn schon mittlerweile wieder ist ach das geht schon das ist ja noch klein klein da war noch einmal drin nämlich mit ich möchte dich darauf hinweisen dass du scheiße bist warum bist du scheiße ich doch nicht warum bist du scheiße weil ich braun bin du bist jetzt durch durch und durch barberhaft barberhaft ist ekelhaft gott ich könnte ja so ein Präner sein mit dem scheiße hallo bin ich jemand ich bin voll normal ich bin vor die tür hallo das haus ist ein bisschen dezent klein geworden würde ich mal sagen ist ein bisschen dezent klein gebt mir eure kartoffeln her damit ich hab hunger ich hab hunger komm ich pflanze euch mal wieder zwei an aber nur zwei ja nur zwei ihr könnt auch selber am pflanzen dann ja auch kurz sagen machen wir selber pikant pikant na was gibst du ein emerald 3 brot super ja ja aber kommt auch an vielleicht auch was gutes danach paar snips hier wieder 16 paar snips für 1 emerald 3 schnipsels stecken glaub ich mhm oder rügen tea leaves ein emerald 16 stück hier ist ein schwimmender villager der nimmt carey leaves ok ein emerald ich finde das zu rach das häng ich schon wieder in den treppen fest ich finde das aber zu geil wenn die dann so die türen sitzen dass die dann nicht mehr raus kommen na so gut was ich mit dir nicht ein emerald dafür kriegst du ein delighted me ok ein emerald nutmeg aber wir haben die nüsse ja schon na wir haben die nüsse ja schon da wir haben die nüsse ja schon da wir haben die nüsse ja schon baum zäpplinge geben die immer alle ja da kommt die auch nicht raus ne ja so weit oben und die kommt dann nicht raus oh ja ich mach es ja auch ein emerald 2 redstone ja der bestimmt danach echt was gutes meinst du ja damals schon immer gemerkt wenn wir nicht mit schlechten willischen tauscht haben die immer gute bäume oder gute bäume so dann wollen wir da mal nochmal punkt setzen ja ja obwohl man das ja sehen kann violiter violiter ja hab ich grad geschwimmen der fläche ist so gestört er sagt weiß wenn das doch weiß ich bin gleich wieder zu hause treibt man gut dass ich nicht schaufe dabei habe ich glaube dieses village der dorf ist direkt in so einem wald und kann so groß also was richtig nahe ist dann jetzt auf einmal ne immer schon ok ich würde nicht wundern wenn du zu Hause angekommen bist das Haus dezent klein ach bei dir kenne ich dann dezent klein ne was denn ich baue immer dezent klein ja ja glaubst du mir ja nein ich möchte dich kennen ja das tust du das glaubst du nicht da stehres starb in stehres da kam ihm alle entgegengezogen zehn stück du hast auch wie Jogena den richtigen Griff vor den richtigen Riecher gehabt ich weiß da das tust du da 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 ja ja du ja übertreib doch alles klar was denn nichts sein dezentes kleinen immer du bist schon wieder hier nein also ich kann dir sagen ich war das nicht oder nicht ne du bist behindert nö oh oh okay 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 ich muss erst mal niesen man glaubt es kaum das kam so richtig raus jump jump kleine kühe jump jump also eine ganze kiste haupt centos hallo fless es geht gar nicht mach mal hier auf erde rein toll normalerweise steht da naja geil soll ich gucken muss ein bisschen baum in dem kein baum hier da geht ein bisschen wieder was herstellen das ist ja da was herstellen Mhm... Dadadadadad... Dadadadadadad.... Yeah! And yeah! Yeah! Ihr zuot durch, ey... Durch und durch! Durch und durch ist keine Rechnung. Ach, da fehlt ein Treppchen. Das ist dein Gesicht. Wunderlich nicht, dein Gesicht. Halt die Fresse. Fresse? Die Frise? Die Frise. Ja, was ist denn auf dem Dach? 1, 2, 3, 4. Ach, da sind jetzt die beiden Treppen immer. Ja, total. Hä? Ah, ich muss gerade mal gucken. Hä? 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 Wie bitte? Hä? Ja, das wird gut. Ist dir sicher? Ja, irgendwie schon. Irgendwie wird das schon. Ja. Vielleicht bei dir jetzt nicht mehr, aber okay. Du kannst mich machen. So, ich mach das Dach noch fertig, ne? Hm? Sag dir, ich mach das Dach eben noch fertig. Jaja. Stratowelly. 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 Wenn du schon versuchst, ne? Du machst es richtig. Ich treff dich doch wohl so nicht. Aua. Ja, nicht nochmal. Warum? Und dann sterbe ich. Geh weg! Hör doch auf! Schau zu. Geh weg, du Hobbyloser. Geh weg, du Hobbyloser. Geh weg, du Hobbyloser. Geh weg, du Hobbyloser. Ich weiß, dass du jetzt aufs Dach gehst und mich abschließen willst. Hä? Ich, hä? Wie bitte? Hä? Ich kenn dich. Auf! Ich will das nicht! Was willst du nicht? Ich seh dich da unten. Ja und? Das ist nicht nett, was du machen willst. Was? Ja, mich gleich mit dem Bogen abzuschießen. Hi, Centos. Hi. Gott, du hast so lange eine Weile, ey. Ne. Doch. Ne. Doch. Nein. Komm, der wird hoch. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Nein. Jetzt kommst du gar nicht mehr hoch. Warum nicht? Weil, wenn ich aufm Dach bin, baue. Aha. Ja. Was willst du da unten? Ich hab was für dich. Was denn? Das kommt nicht hier hoch. Was ist das denn? Eine Emerald. Ja, mach doch selber den Markt. Weg, Skob! Auf! Lass mich das Dach fertig machen. Ich will hier nicht mehr hoch. Willst du nicht? Nein. Das war clean up, ne? Junge! Ich sterbe. Was denn? Wirfst. Hör doch einfach auf. Ich hätte noch ein halbes Herz. Ja. Ich geh einfach vom Mitte des Dach. Da kannst du mir mal sonst wo in die Nödel knutschen. Ja, kannst du definitiv da hinten vergnissen, dass du hier hintust. Oh, schieß mir noch ruhig hoch. Schieß mir ruhig zehn Kilometer weiter. Oh, 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 oh! 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 20 Blöcke neben mir eingeschlagen. Oh! Oh! Oh, der kommt! Ei, du Arsch! Hab ich dich fast getroffen? Ja! Hahaha! Gut, oder? Ist neben mir eingeschlagen. Na, das ist wieder zu weit. Ah, hinter mir. Ah, immer noch hinter mir. Oh! Äh, vier Blöcke. Oh! Oh! Na, jetzt ist er rechts vor mir eingeschlagen. Ah! Jetzt ist er vor mir eingeschlagen. Vor dir? Ja. Oh! Drei Blöcke neben mir. Ah! Oh, ein Block neben mir! Oh! Na? Vor mir. Vor mir. Vor mir zwei Blöcke eingeschlagen. Oh! Der nächste. Na, der kann auch links neben mir einen Block. Oh! Der letzte könnte treffen. Und der trifft auch nicht. Na ja, lass jetzt. Komm. Mach fertig. Kannst du aber bitte schlafen gehen. Hahaha! Das ist echt langweilig. Obt oben müsste, glaube ich, ein Bett sein. Ja. Hör doch auf! Was denn? Kannst du die Pfeile einsammeln jetzt? Entweder war das gerade ein Pfeil oder eine Sternen-Schnuppe. Ein Pfeil. Hör doch auf! Das war Kinapp. Da. Neh, mir eingeschlagen. Ey, da wollte ich gerade hinlaufen. Die ist ja nur nach oben gerade. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Wow, war das Kino. Ich habe keine Pfeile mehr, Bob. Das war der, der eben nochmal wieder runter kam. Ja, ist wieder elf. Das ist echt Langeweile. Autsch, jetzt habe ich mich selbst getroffen. Schießt du gleich in die Decke. War das Kino. So, ich lasse, glaube ich, da flach, oder? Ja. Habe fertig! Habe fertig? Wie geht das denn überhaupt? Ach so, voll einfach. Was? Der Trailer. Was heißt der Trailer? Raider. Oh, Hände, ciao. Warte mal, jetzt im Markt. Ja, ja, ja. Ich würde den vielleicht oben in die, ich weiß nicht, pack den jetzt in die Küche rein oder pack den in den Raum rein, wo die Maschinen da sind. Ey, hör doch auf, ich habe nur noch zwei Herzen. Und dann wird es wieder voll, wenn du stirbst. Mein Erfahrungspunkt ist doch ähnlich, oder? Doch. Hab ich. Hast du? Ja. Mir egal. Geh weg. Ich will nicht. Ba, 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 ba. Ich will nicht. Mir hört sich das immer wieder gleich an die Musik. So. Du möchtest jetzt noch irgendwas sagen? Weiß ich nicht. Möchtest du dich verabschieden? Warum? Weil die Folge... Boah, hier vorne leckt das voll bei den Kühen. Das ist eine entlaufende Kuh. Ist egal. Warum ist da eine entlaufende Kuh? Weil sie da ist. Warum? Guck mal, das ist ein Skelett. Nehmt wir. Aua. Mobbing. Mobbing. Mobbing? Ja. Kannst du jetzt hinten bitte stehen bleiben? Äh. Was? Äh. Äh. Komm, ich... Nein, ich will wirklich nicht stehen. Wir haben da keinen Bock drauf. Äh. Ich stelle mich jetzt hier auf den Berg. Kann ich wieder weg. Wir werden gleich. Du hast das Ding noch kurz fertig machen. Ich frage mich, warum die in Kuh entlaufen. Ist das bestimmt vielleicht... Näää. Aufeinander waren die wahrscheinlich wieder. Näää. Da kriegt sie einfach einen Hit. Ein Hit? Mhm. Das ist Wolle. Was? Braucht das Ding? Wolle? Wolle. Wolle und Planks. Mhm. Ah, wir haben einen. Ja. Warst du denn hingestellt erstmal? Äh. Ich hab den auch gerade fertig gemacht. So. Ich will den erst da unten hin. Ich bin gerade noch in den Inventar. Irgendwo unten reinstellen. Hm? Irgendwo unten oder vielleicht ins Schlafzimmer da reinstellen. Also, oder... Ey, rauf. Oder hier... Oder... Ja, da irgendwo. Oh, Platz haben. Ey, du bist so ein Gummiheld, ne? Du musst das mit Shift machen. Ja, ich hab da nicht dran gedacht. Dass das alles aus Kapital wirken ist. Oh. Da ist jetzt den Pinewood-Block rein. Ja, ich weiß. Guck mal. Guck mal. Beans seeds. Barley. Bean. Bean seeds haben wir. Brokkoli. Leke, Blumenkohl. Seleri seeds. Aber kostet halt was, ne? Canberry. Ja, garlic. Egal. Kannst du mal so durchgucken, Alter. Alter. Das war mit der Hand, du Arsch. Hör auf! Warum killst du mich? Das ist die Rache für alles. Volle mit dem Schwert, du Schwasti. Barsnips! Du musst dich hier verstecken. Tschüss. Hi. Schwasti. Guck mal, da sind Flippers. Welche, die ich wieder eingesteckt habe? Ja, wollte ich gerade eigentlich nehmen. Jose, Jose. Wie Schuss. Jose. Ja, du willst mich doch jetzt zurücktöten. Das ist nichts Neues bei uns. Warum legt das hier eigentlich so? Weiß ich nicht. Im Haus. Ich tippe, weil es einfach zu... Du Arsch. Geh doch einfach weg. Das hat voll geleckt. Oh Mann! Meine Erfahrungspunkte. Du meinst, du musst nicht mein Inventar wieder sortieren. Oh. Darf ich auch. Na gut, Leute, aber damit würden wir sagen, wenn wir die Aufnahme hören. Und bis zum nächsten Mal bei Live in the Woods mit dem Flash. Zentos, dem Arsch. Tschüss. Tschüss.